Ok, für den, den es noch mehr interessiert, so irgendwie, ich nehme euch noch ein Stückchen mit, also ich fahr jetzt in die Opfer, oi, was ist denn da, das holzt ja nicht aus, schau dir das an, scheiß mir, ok, das ist ja auch sehr mutig, die Dame, habt ihr das gesehen, mit vollem Speed fahren wir in die Botanik rein und fahrt da jetzt aus, ok, wahrscheinlich hat sie auch gewusst, sie dürft da nicht stehen bleiben, aber ist jetzt super, jetzt habe ich nämlich ein Auto, einen Wegweiser vor mir, der da mir eigentlich die Spur zieht und ich da eigentlich nur hinten nachfahren muss und ein bisschen Abstand halten. Auf der linken Seite ist im Sommer der Parkplatz für die Autos, im Winter ist da nichts, also, und da geht es dann im Winter mit der Ski runter, genau, da könnt ihr mit der Ski runterfahren oder mit der Rodel und halt spätestens um 16.30 Uhr unten wieder mit dem Lift auffahren, sonst müsst ihr das Fuß gehen, das Fuß braucht eineinhalb Stunden, bis du auffahren. Ok, beim Auffahren war viel weniger Schnee, aber irgendwie ist das spannend, schau, weil da ist eine junge Dame drinnen und die macht mir da viel lässig einen Weg runter. So, und jetzt fahren wir beim Tunnel vorbei, den habe ich euch beim Auffahren schon aufgenommen, aber da waren noch alles grüner, also jetzt auch, genau, da ist schon schön zum Rutschen.